So Leute, willkommen zu einem neuen Vlog mit Helge. Wir gehen jetzt ins Kino mit Benny, Forrest Gump, mit D-Fan, mit Helge. Link in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt zum Truppalast, ganz überraschend. Dann gucken wir Batman vs. Superman. Batman vs. Batman. So, bis später. Dieses Auge, Alter. Das ist voll gruselig. Das passiert immer, oh mein Gott. Das ist alles in Oberststation. Was? Hanco. Besonders noch mal Hanco. 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 4K, Weltbauer. Genau, Weltbauer. Groß an Wilfried. Was ist der Flo? 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 Das kenne ich nicht. Was ist der Penny? Ich kenne keinen Flo. Hier, guck. Ganz wichtig, hier sind so viel Wind drin. Bis später. Weiß ich nicht. Oh, mach dich hier. Das ist so gut. Krass! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab jetzt schon einer meiner Lieblingsführungen. Ganz ehrlich. Das ist... Alter, ich zitterte im ganzen Tag. So krass war der Film. Also Batman vs. Superman. B, F, A, F. Kommt noch eins. Die Fan! Ich heiß bei Youtube Schokokrassi. Und ich bin immer im Europapark. Schokokrossi? Schokokrassi. Krass und so, ne? Und editmaskaluigi. Wir gehen nämlich immer in Europa-Park. Und da macht er immer FMA-Videos. Link in der Videobeschreibung. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Die Fan. Die Fan Maxi-Kin. Wurde Helge rufen, ne? Tut. Ja, das ist nice. Klar haben wir uns auch getan hier, ne? Voll die Checker und so. Voll die Bosse. Du, danke. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles. Oh, das ist alles. Und das schmöken. Ja, wir genießen. Ja, wir genießen. Wir futter den jetzt mal ein bisschen. B3. Also Milch schicken. Und dann die Welt retten. Ja, kann man nicht so sagen, ne? YouTube, 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 ne? Werbung für Saton. Danke für's Geld. EditDFan. Link in der Videobeschreibung. Achso, ich hab ja gar keinen Folk grad haben. Der kommende YouTuber steht da. Benni, with the channel. Ja, ich will grad hier, ne? Tweeten. Essen, was wir hier sind und zeigst. Das sind die YouTube-Hips da hier. Aus der Erde. Polychecker. Ja. Corona. Ich hab's vergessen durch dein Bluffen hier. Da kommende Van Damme. Oder guckt's euch aufs Twitter an, dann habt ihr schon ergänzt. Genau. Oh, wir stellen uns mal an, was essen. Das ist der Popper. Ja. Meister Popper. Ja. Meister Popper. Ja. Das ist der Meister Popper von McDonalds. Ege von hinten. Genau. Ege von hinten. Kanzier wie ein Elefant und so. Lecker. Das Auge des Todes. Ja. Ja, sie sieht das aus, oder? Das ist richtig. Was ist das für ne Marke? Ah, ah. Keine Ahnung. HTC. Oh. Schau. Die S-Plan von HTC. Und der tweetet hier schon wieder? Der tweetet die ganze Zeit. Guck mal diese Twitter rein. Die haben wir gleich drin. Auf jeden Fall ziemlich viel. Film spielen. Es kommt? Ja. Sprich. Zoll. Also erstmal die beide erwähnt, ne? Echt geiler Film. Danke. An Helge. Und an mich. Zoll. Für den Abend. Und sie kommen denn nach. Oh. Die kommen nach der Filmkamera. Oh. Nach der Filmkamera. Da geht das. Versteht's hören, ja? Ja. Ja. Timur. Immer schön fleißig. Aber das ist falsch der Laptop, ne? Weißt du, oder? Falsch. Falsch. Kein Macbook. Falsch. Eben. Scheißer Tee. Lusche. Soll ich, dass du da hast? Sind wir? Nicht wirklich. Alles klar. Falsch. 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 Da ist der zukünftige Video-Star. Ja. Falsch. 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 Falsch.